Hallo, herzlich willkommen zu meinen Beachvideos. In diesem kleinen Film zeige ich euch einige Tipps und Tricks, wie man im Beachvolleyball erfolgreicher sein kann. An einigen Stellen werde ich auch mal speziell auf Fragen der Regelkunde eingehen und auf allgemeine Fragen, die ihr mir jederzeit gerne stellen könnt zum Thema Beachvolleyball. Also viel Spaß damit! Hallo, heute soll es um ein paar Regelfragen geben, konkret gesagt um so Sachen, wo es immer gerne Streitigkeiten bei Hobbyturnieren gibt, also dort wo jetzt nicht die ausgebildeten, fortgeschrittenen Schiedsrichter zugegen sind. Und da werden wir uns mit drei Sachen beschäftigen. Das eine ist der Block, das andere ist die sogenannte Doppelberührung und der, und ich sage das jetzt absichtlich falsch, der gehobene Ball. Und mit genau dem letzten fangen wir mal an, weil es da aus meiner Erfahrung heraus die meisten Diskussionen gibt. Was ist ein gehobener Ball? Und wenn ich da ganz kleinlich bin, und das bin ich gern, einen gehobenen Ball gibt es überhaupt nicht, zumindest nicht, was die Wortwahl im Regelwerk angeht. Der Ball, der da gemeint wird, von denen, die da einen Fehler sehen wollen, ist der gehaltene Ball. Und der ist ganz klar definiert. Und zwar, ein gehaltener Ball ist ein Ball, der zur Ruhe kommt. Wir nehmen mal das klassische Beispiel, eine Abwehraktion. Dann wird der Ball gespielt. Kein gehaltener Ball. Der Ball kommt nicht zur Ruhe. Selbst wenn er über die Hand drüber rollt, egal in welcher Richtung wir die Hand bewegen, ist es kein gehaltener Ball. Ob man ihn gehalten oder gehoben nennt, ist völlig egal. Aber die Fehlerbeschreibung ist gehalten, denn der Ball ruht und wird gespielt. Beispiel für einen gehaltenen Ball wäre, hier ruht der Ball kurz in der Hand und wird dann quasi hoch geworfen oder eben gehoben, wie man das so gerne sagt. Ein Fehlerbild, was dem sehr ähnlich kommt, ist die Art des Spielens. Und da wird es dann echt schwierig für den Schiedsrichter. Wenn wir den Ball wie folgt spielen, also nur mit den Fingern, dann ist das ein Fehler. Der hat aber nichts per se mit dem gehaltenen Ball zu tun oder mit einer Doppelberührung, sondern mit der Definition eines Schlages. Beim Schlag mit den Fingern müssen die Finger gestreckt und geschlossen sein. Das heißt, etwas, was früher erlaubt war, dieser Finger-Poke, sage ich jetzt mal, bei dem man wunderbar das Tempo rausnehmen kann, den man die Finger einfach locker macht, aber eben auch einen sehr langen Ball spielen kann, wenn man die Finger festmacht. Diese Art zu spielen ist mittlerweile seit fünf oder sechs Jahren so nicht mehr erlaubt. Die Finger müssen gestreckt und geschlossen sein. Also der klassische Tipp, der ist weiterhin zulässig, aber jegliche andere Version, wo mit den Fingern gespielt wird und nicht mit den Fingerspitzen der gestreckten Hand, wäre eigentlich abzupfeifen. Auch wenn man natürlich solch einen Ball hier schwer als Fehler erkennen kann, ob da nun die Hand mit dran war und die Finger quasi nur führend dabei waren oder eben nicht. Sonst müsste man auch jeden anderen Schlag abschlagen, bei dem die Finger mit im Spiel sind. Es geht also darum, bei ausschließlichem Fingereinsatz müssen die Finger gestreckt und geschlossen sein. So viel zu dieser Version des gehaltenen Balls. Die andere kommt beim Zuspielen zum Tragen. Leider ist es auch so, dass sehr viele Zuspiele viel, viel, viel zu lange in den Händen ruhen. Das liegt auch daran, dass in vielen Serien und auch Hobby-Turnieren keine Schiedsrichter gestellt werden oder halt jeder gerne tolle Pässe spielt. Die natürlich einfacher sind, wenn man den Ball länger in der Hand hält, aber das ist ein gehaltener Ball. Nochmal zum Beispiel. Gehaltener Ball, denn der Ball ruht kurz in der Hand, keine Handbewegung, einen Moment lang mit Ball im Vergleich zu. Es geht nicht darum, wie lange die Hand mit dem Ball mitgeht, sondern es geht darum, ob ein Stoppen des Balles in den Händen vollzogen wird oder nicht. Dann ab dem Moment ist es ein gehaltener Ball. Eine Hilfe für Schiedsrichter. Zeige ich gleich mal aus der Seite. In der seitlichen Position, wenn der Zuspieler zum Ball läuft und den Ball in die Hände aufnimmt und erst wieder raus spielt, wenn er in einer anderen Position ist. Dann ist es ganz klar ein gehaltener Ball. Ansonsten würde der Ball nach vorne gehen. Wenn ich sage, ich habe den Ball und ich gehe quasi einen Schritt mit dem Ball in der Hand, dann ist es eigentlich in den meisten Fällen ein gehaltener Ball und das Zuspiel fehlerhaft. Denn eine Zeitvorgabe, wie lange Kontakt zwischen Hand und Ball sein darf, gibt es in der Tat im Regelwerk nicht. Eine Sache ist die sogenannte Doppelberührung. Das Handzeichen dazu. Zwei, die Hasenohren. Nochmal zum gehaltenen Ball. Carrying. Doppelberührung. Wann ist es eine Doppelberührung und wann nicht? Das ist das Regelwerk ziemlich eindeutig. Und zwar, wenn eine doppelte Berührung stattfindet, die nicht gleichzeitig passiert. Was bedeutet das? Beispiel, man wartet in der Annahme auf einen harten Schlag, bekommt den Ball auf die Arme und dann nochmal gegen die Nase, auf die Stirn, was auch immer. Ist das eine Berührung, solange wie nicht erkennbar ist, dass der zweite Kontakt absichtlich war. Also Beispiel hier so weg. Eine Berührung, keine Doppelberührung. Anderes Beispiel, wenn man quasi versuchen würde, mit dem Kopf oder mit der Schulter oder wie auch immer nochmal an den Ball zu gehen, dann sind das zwei unterschiedliche Handlungen. Denn das ist ein Impuls des Spielers und der hier oder der ebenfalls. Dann ganz klar, Doppelberührung. Kann man sich auch nicht darauf berufen, dass das ja in einer Aktion war. Wenn es unterschiedlich gesteuerte Aktionen sind, sind es eben zwei Aktionen. Und das ist dann eine Doppelberührung, also nicht erlaubt. Wo treten Doppelberührungen auf? Nun, eine Version hatte ich gerade schon angesprochen. Also wenn man in der Abwehr steht und man bekommt den Ball relativ scharf auf die Arme und dann noch irgendwo an andere Teile des Körpers. Oder in einer Blocksituation, die gleichzeitigen Berührungen. Man geht mit einer Hand hoch und der Ball berührt die eine Hand und geht dann zur anderen. Auch das ist keine Doppelberührung. Es sei denn wieder, es ist eine Absicht erkennbar. Das heißt, der Ball geht an den rechten Arm und dann geht der linke dahin, wo der Ball jetzt hinweg springt. Dann ist es zwar eine zweite Berührung, aber das ist kein Fehler. Denn im Beachvolleyball ist es ja erlaubt, nach der Blockberührung selber den zweiten Ball zu spielen. Deshalb, schöne Möglichkeit, klappt leider nur sehr selten. Mit der einen Hand den Ball blocken, also oben halten und ihn mit der anderen Hand einschlagen. Tolle Sache, die meisten Gegner sind da verwirrt, aber klappt leider nicht so häufig. Das wäre also keine Doppelberührung. Eine andere Doppelberührung, und da tritt sie häufig auf, wird am häufigsten gepfiffen, ist die Doppelberührung beim oberen Zuspiel. Hier, kurz als Beispiel, wenn der Ball von einer Hand zur anderen geht, also nicht gleichzeitiger Ballkontakt vollzogen wird, dann ist es eine Doppelberührung und ein Fehler. Nicht gleichzeitig dran. Hände gleichzeitig dran. Die Rotation des Balles per se wird oft hergenommen, um zu entscheiden, ob das Zuspiel sauber war. Ist aber eigentlich kein Kriterium dafür, denn man kann auch aus der Drehung der Handgelenke diese Rotation erzeugen. Hier, ganz klar, keine Doppelberührung. Das Schieben über den Ball mit beiden Händen gleichzeitig kommt diese Rotation zustande. Dreht sich der Ball seitlich. Dann ist fast immer eine Doppelberührung schuld daran. Das lässt sich anders nicht vollziehen, denn um diese Rotation zu erwirken, muss die eine Hand den Ball länger schieben als die andere. Also ist eben kein gleichzeitiger Ballkontakt mehr gegeben. Dann kann man mit Fug und Recht, abhängig natürlich von dem Niveau, was man pfeift, abpfeifen. Kommen wir zum nächsten Fehlerbild, dem Blocken. Wann ist ein Block regelkonform und wann ist der regelwidrig? Geblockt werden darf im Prinzip nur der Angriff des Gegners. Das heißt, ein Ball, der vom Gegner in Richtung des eigenen Feldes gespielt wird und kein Gegner mehr auf der oder in der Hälfte des Gegners in der Lage sein wird, diesen Ball wirklich zum Angriff zu machen. Das heißt, ein rübergebaggerter Ball, bewusst oder unbewusst, darf geblockt werden, auch im gegnerischen Raum, wenn kein Spieler des Gegners in der Nähe ist, der diesen Ball vorher noch bei sich spielen kann. Das gleiche gilt für einen Poke, für ein oberes Fingerzuspiel, sofern es denn technisch und den Ringen entsprechend sauber ist. In diesem Fall darf der Ball beim Gegner geblockt werden. Das heißt, die Berührung darf dort drüben erfolgen. Egal, wie weit man dabei rüberreicht, also ich habe es schon gehört, wenn das jetzt die Netzkante wäre und der Blockspieler greift den Ball hier drüben weg, völlig okay, wenn auf der anderen Seite kein Spieler wäre, der einen dritten Ballkontakt vollführen darf. Ist dort ein Spieler, der den Ball noch spielen darf, regelkonform, dann muss ich das auch zulassen. Verhindere ich diese Aktion, indem ich quasi in der gegnerischen Feldhälfte blocke, obwohl der Angriff, also das Spielen in meine Richtung, noch nicht durch die dritte Ballberührung vollzogen wurde, dann ist es ein geblocktes Zuspiel. Ob dieses Zuspiel jetzt im Shot, im Poke, im Bagger oder im oberen Fingerzuspiel, im Pritschen durchgeführt wurde, ist dafür völlig irrelevant. Man muss dem Gegner den dritten Ballkontakt gewähren, wenn erkennbar ist, dass er diesen auch durchführen will. Klar, wenn der dritte Kontakt nicht vollzogen werden kann, weil der Gegner noch am Feldende irgendwo auf der Linie rumliegt und Sandkörner zählt, dann darf man das natürlich tun. In jedem anderen Fall, Finger weg vom Ball und eben warten, dass der Gegner den Angriff vollzieht. Manchmal sogar ganz clever als Angriffsspieler, wenn man gegen einen überlegenden Blockspieler agiert, zu sagen, man holt aus, täuscht diesen dritten Ballkontakt an, der gegnerische Blockspieler geht auf den Ball, berührt ihn und begeht genau in diesem Moment einen Fehler. Problem nur, der Schiedsrichter muss sich dieses Video angeguckt haben oder einfach vorher gut aufgepasst haben bei der Schirischschulung, um zu erkennen, dass hier jetzt das Zuspiel tatsächlich geblockt wurde. Wäre Interference, also Eingreifen in das Spiel des Gegners zu einem Zeitpunkt, zu dem es nicht erlaubt ist. Zur technischen Ausführung des Blocks, der Ball darf auch hier, wie bei allen anderen Aktionen, nicht bewusst doppelt berührt werden. Das heißt, eine solche Bewegung wäre natürlich nicht zulässig. Eine Hand drückt ihn nach links, die andere lenkt den Block in die andere Ecke. Das wäre ein Fehler. Und auch das Halten des Balles ist in dieser Blocksituation nicht zulässig. Das heißt, wenn ich hochgehe zum Block und ich habe den hier, der Ball ruht kurz und ich drücke ihn dann nach unten, wäre das ein gehaltener Ball. Es spielt beim gehaltenen Ball ja keine Rolle, ob dieser Ball in der eigenen oder der gegnerischen Spielfeldhälfte gehalten wird. Es ist ein technischer Fehler. Das zum Block, also übergreifen, ist erlaubt, wenn der Gegner seinen Angriff vollzogen hat. Das kann auch der erste oder der zweite Ball sein. Aber sobald da eine dritte Aktion noch möglich ist, sollte man erst mal die Finger davon lassen und dann wirklich auf den Angriff konkret warten. Noch eine Sache zum Block. Passiert nicht so häufig. Wann ist eine Ballberührung ein Block? Wird auch oft gefragt. Nun, das Regelwerk sagt da etwas, was viele nicht ganz so richtig verstehen. Wenn Teile des Körpers über das Netz reichen. Es steht nicht da, dass der Ballkontakt über dem Netz stattfinden muss. Extremes Beispiel. Vorhin schon mal indirekt angesprochen. Ich gehe mit dem linken Arm hoch über das Netz, will den Ball greifen, erwische ihn aber nicht. Der Ball wird vorbeigespielt und während mein linker Arm noch über der Netzkante ist, spiele ich den Ball mit dem rechten Arm. Dann ist dies der Block. Denn ich bin abgesprungen, die Hände reichten übers Netz, es hätte auch der Kopf sein können, prinzipiell egal. Und der Arm spielt den Ball. Blockberührung. Also, gleiches Beispiel wie vorhin. Rechter Arm geht hoch zum Block, ist über der Netzkante, auch nur teilweise, wenn es nur die Fingerspitzen sind. Der Ball geht vorbei, der linke Arm spielt den Ball hoch und der rechte Arm schlägt ihn ein. Völlig okay, denn der erste Ball ist, weil der Arm höher ist als die Netzkante der rechte, der Block. Und der zweite Ball ist der ganz normale zweite Ballkontakt. Deshalb das Ganze regelkonform. Kann man immer nur hoffen, dass der Schiedsrichter das auch so sieht, beziehungsweise, dass ihm klar ist, was ein Block wirklich ist. Also nochmal, wo wir den Ball berühren, ist für den Block irrelevant. Es muss irgendetwas von uns netznah und oberhalb der Netzkante gewesen sein. Okay, das waren so die wichtigsten Fragen, die mir immer wieder einfallen und die auch ganz oft gestellt werden. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen. Ansonsten empfiehlt sich immer, sich das Regelwerk anzuschaffen. Idealerweise, wenn ihr ganz gut sein wollt, die englische Version immer frei verfügbar auf den Seiten der FIVB und immer in der aktuellsten Version, auch wenn die deutschen Versionen in der Übersetzung manchmal nicht alles so ganz korrekt übernehmen. Aber da wird dann immer noch gut dran nachgearbeitet. Wenn es nochmal Fragen gibt, Ball in oder out, habe ich dazu ein Video. Einfach mal nachschauen. Da kann man dann rauskriegen, woran man gut entscheiden kann, ob ein Ball auf der Linie war oder ähnlich. So, das war's für heute. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, Hinweise, Anregungen, dann immer gerne her damit und ansonsten immer schön am Ball bleiben.